Grüezi miteinander! Unsere Deutschlandreise geht weiter. Und dieses Mal verschlägt es uns in den Nordwesten der Bundesrepublik, nach Niedersachsen. Und mit Niedersachsen haben wir, wie eigentlich jedes Mal, einen Spezialfall. Das Land Niedersachsen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwar aus verschiedenen Gebieten zusammengewürfelt, vor der deutschen Kleinstaaterei lagen auf diesem Gebiet aber enorm wichtige politische Gebilde. Und auf diese uralten Gebiete bezieht sich das heutige Niedersachsen. Und im Falle dieses Landes dürfen oder müssen wir uns die Sachsen höchstselbst ansehen. Und damit ist der Germanische Völkerverband gemeint, nicht die Menschen, die heute im Bundesland Sachsen leben. Das sind zwei Paar Schuhe, wie wir später noch erfahren. Das Land Niedersachsen ist riesig. Mit fast 48.000 Quadratkilometern ist es nicht nur das zweitgrösste Bundesland Deutschlands, es ist auch ein gutes Stück grösser als die gesamte Schweiz. Als Enklave innerhalb Niedersachsens liegt die freie Hansestadt Bremen, die wir uns bereits angesehen haben. Im Westen grenzt es an die Niederlande und wenn wir Bremen als Enklave ausklammern, grenzt Niedersachsen an sage und schreibe acht andere Bundesländer. An so viele Bundesländer grenzt sonst kein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland. Um den historischen Kern und Ursprung Niedersachsens zu verstehen, müssen wir etwa 2000 Jahre in die Geschichte zurück. Das Volk der Sachsen setzte sich in den ersten Jahrhunderten nach Christi wohl aus mehreren germanischen Stämmen zusammen, darunter die berühmten Cherusker. Genaue geografische Angaben existieren nicht. Ebenso sind die Sachsen als Volk zwar quellentechnisch fassbar, aber nicht ganz eindeutig zu lokalisieren, im Sinne von genauen Abgrenzungen zwischen einzelnen Stämmen und Siedlungsgebieten. Die Sachsen waren vermutlich bereits vor ihrer endgültigen Eroberung durch das Frankenreich immer wieder in gewissen Abhängigkeitsverhältnissen zu den Franken. Es gibt sogar Vermutungen, dass die Sachsen an der Zerschlagung des Reichs der Thüringer 531 beteiligt waren, die wir uns im Beitrag zum Freistaat Thüringen näher angesehen haben. Im Jahr 772 begann Karl der Grosse, König des Frankenreichs, die Gebiete der Sachsen in erbitterten Kämpfen zu erobern. Es sollten knapp 30 Jahre vergehen, bis die Sachsen endgültig unterworfen waren. In diesen Sachsenkriegen sollte sich Widukind, Herzog der Sachsen, als Galleonsfigur des Widerstands unsterblich machen. Der fränkischen Übermacht konnten die Sachsen aber dennoch nicht standhalten und wurden dem Reich letztlich einverleibt und christianisiert. Nur wenige Jahrzehnte später, 843, sollte das Frankenreich aber auseinanderbrechen und unser Sachsen bzw. das Gebiet, in dem die Sachsen leben, Teil des Ostfrankenreichs werden. Und dieses Ostfrankenreich war der Vorläufer des Heiligen Römischen Reichs. Und hier befinden wir uns erstmals einigermassen gesichert im Stammesherzogtum Sachsen. Man erkennt auf den Karten sofort, der Kern dieses Herzogtums lag auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens, also dort, wo die Sachsen sich einst aus mehreren germanischen Stämmen zusammenschlossen. Mit den anderen beiden Bundesländern, die Sachsen im Namen führen, hatte dieses Herzogtum geografisch und ethnisch nichts am Hut. Ob und wie dieses zusammenhängende Gebiet vorher existierte, ist umstritten. Es könnte auch sein, dass sich dieser Zusammenschluss auf ein loses Bündnis verschiedener Sachsenherzöge beschränkte. Unter Heinrich dem Löwen, der eine besonders starke Expansionspolitik betrieb, erreichte das Herzogtum Sachsen seine grösste Ausdehnung. 1180 sollte das Herzogtum Sachsen aber aufgelöst werden. Und zwar durch Friedrich I., genannt Barbarossa, aus dem Geschlecht der Staufer. Heinrich der Löwe war Wölfer, also aus dem Geschlecht der Wölfen. Diese beiden Adelsgeschlechter hatten vor 1180 bereits ihre Konflikte. Barbarossa hielt aber mehrfach seine schützende Hand über Heinrich. Zum endgültigen Bruch zwischen den beiden kam es 1176 in Chiavenna, heute in Norditalien, sehr nah an der Schweizer Grenze. Kaiser Barbarossa brauchte dringend militärische Unterstützung. Als Gegenleistung verlangte Heinrich der Löwe die Kaiserpfalz Goslar und deren reiche Silberminen. Diese Forderung lehnte Barbarossa ab. 1177, also ein Jahr später, schloss er mit Papst- und Lombardenbund Frieden und konnte sich seinem mächtigen und widerspenstigen Untertanen aus Sachsen zuwenden. In der Gelnhäuser Urkunde von 1180 wurden Heinrich dem Löwen die Herzogtümer Sachsen und Bayern aberkannt und aufgeteilt. Verhältnismässig kurze Zeit später befinden wir uns schon mitten in der deutschen Kleinstaaterei und das einst grosse, mächtige, zusammenhängende Herzogtum Sachsen war Geschichte. Auf dem Gebiet Sachsen sollten viele verschiedene Reichsstädte, Bistümer, Herzogtümer, Grafschaften usw. entstehen. Behaltet diese Aufteilung und die Entmachtung von Heinrich dem Löwen etwas im Hinterkopf, denn das wird später noch einmal wichtig beim Namen des Bundeslandes. Die aufmerksamen Zuschauer werden bemerkt haben, dass bei den Karten ein Gebiet ganz im Nordwesten des heutigen Niedersachsens fehlt oder nicht dazugehörte. Wir kommen zu einem wahren Sonderfall der deutschen Geschichte, zum Friesland bzw. zu Ostfriesland. Dieses Gebiet mit seinen Inseln, Mooren und Sümpfen war über Jahrhunderte ein Spezialfall, in nahezu jeder Hinsicht. Das Volk der Friesen im Norden und Nordwesten des heutigen Deutschlands konnte seine Eigenständigkeit sehr lange nach aussen hin verteidigen. Und diese Eigenständigkeit war über viele Jahrhunderte einzigartig. Die frisischen Länder organisierten sich in erster Linie nicht hierarchisch, sondern eher als eine Art Genossenschaft auf Augenhöhe. So wurden die frisischen Gebiete auch nicht während den Eroberungen Karls des Großen christianisiert, sondern erst später. Und das recht unterschiedlich. Keine Konfession hat sich in Ostfriesland wirklich klar durchsetzen können, während der Reformation entstand eher ein Nebeneinander. Also auch die Christianisierung erfolgte im frisischen Land anders. Einen einheitlichen frisischen Staat hat es nie gegeben. Vielmehr entwickelten sich über die Jahrhunderte Dutzende kleine Staaten, die sich untereinander organisierten, dabei aber Mitbestimmung und Freiheitsrechte für alle Friesen in den Vordergrund stellten, unabhängig von Besitz oder Reichtum. Abhängigkeitsverhältnisse gab es lediglich in Form von Pachten oder ähnlichen rechtsverbindlichen Verträgen auf regionaler Ebene. Dass sich die wohlhabenden Friesen an der Nordseeküste so lange eigenständig und unabhängig entwickeln konnten, lag vor allem an der geografisch günstigen Lage. Die Küsten waren durch Moore und Sümpfe auf dem Landweg nur schwer zu erreichen, das Meer ermöglichte den Friesen gleichzeitig stete Freiheit und auch Regenhandel. Später profitierten sie auch vom Aufstieg der mächtigen Hanse, die wir uns im Beitrag zu Bremen etwas näher angesehen haben. Das Friesland oder Ostfriesland in unserem Fall war also genossenschaftlich organisiert, während die umliegenden Gebiete bereits die Herrschaft des Adels erlebten. Ein wichtiges Symbol für die friesische Freiheit war und ist der Obstalsbohm. Der liegt etwas westlich der Stadt Aurich und war Versammlungsplatz für die Abgeordneten der friesischen Länder. Hier wurden zwischen 1100 und 1327 Angelegenheiten der sieben Seelande der Friesen geregelt und ausverhandelt. Nach innen und außen. Die imposante Steinpyramide existiert erst seit 1833 und erinnert an diese Zusammenkünfte. Sie steht auf einem Grabhügel. Die recht naheliegende Vermutung, Obstalsbohm, also Bohm bedeutet Baum, ist zwar denkbar, aber nicht 100% gesichert. Es könnte sich auch um einen bearbeiteten Holzpfahl gehandelt haben, an dem sich die friesischen Häuptlinge trafen. Unter den Nazis sollte dieser Ort zu einem Tingplatz werden. Die Pläne wurden aber nie umgesetzt. Erst mit dem 14. Jahrhundert versuchten einflussreiche friesische Familien, die freien Bauern Frieslands zu Abgaben zu zwingen und ihre Freiheitsrechte einzuschränken. 1420 kam es deshalb zu einem Aufstand in der Wesermarsch und 1430 bildete sich unter Etza, Zirxena, ein Freiheitsbund gegen die Bedrohungen der Freiheit von innen. Diese Familie, die Zirxena, die durch die Verteidigung der friesischen Freiheitsrechte in den Grafenstand aufstieg, wurde 1464 von Kaiser Friedrich III. in den Reichsgrafenstand erhoben und Ostfriesland wurde zur Reichsgrafschaft. An den Eigentumsrechten der freien Bauern hat sich dadurch allerdings nur wenig geändert. Die friesischen Länder blieben frei und als eine Art Ständestaat eigenverwaltet. Im 16. Jahrhundert wurden die freien Bauern anstelle des Klerus, also anstelle der Kirche, ein eigener politischer Stand. Eine absolute Ausnahme im Heiligen Römischen Reich. Die Friesen konnten ihre individuellen Freiheiten also sogar innerhalb des Reichs aufrechterhalten. Ostfriesland sollte bis 1744 von den Zirxena regiert werden. Die starben aber im Mannesstamm aus und die Preußen übernahmen in Ostfriesland das Ruder. Friedrich II. ließ das Land ohne grosse Gegenwehr besetzen. Und die Ostfriesen fügten sich der neuen Realität. Was für sie aber auch Vorteile bereithielt. Wirtschaftlich begann um jene Zeit die starke Erschliessung der schwer zugänglichen Gebiete an der Nordseeküste und vor allem gewährte Preußen den Ostfriesen sehr viele Selbstverwaltungsrechte. Das Ostfriesland wurde zwar preußisch, aber auch wieder mit relativ grosser Autonomie. Historisch war dieser wirtschaftliche Aufschwung mit gleichzeitiger Wahrung vieler Freiheiten ein wichtiger Kern für die friesische Begeisterung für die deutsche Sprache und für deutsche Staatsgebilde. Diese Begeisterung wurde noch zusätzlich verstärkt, als Ostfriesland zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Holland und später durch Frankreich eingenommen wurden. Am Wiener Kongress wurde Ostfriesland auf Betreiben der Briten nicht an Preußen zurückgegeben, die weiter im Osten mit Land entschädigt wurden, sondern an das Königreich Hannover. Weil sich Preußen aus Sicht der Briten an der Nordseeküste nicht festsetzen sollte. 1866 annektierte Preußen Hannover und integrierte es samt Ostfriesland in den preußischen Gesamtstaat. Und die Friesen, die unter nicht-preußischer Herrschaft nie wirklich Anerkennung ihrer Eigen und Freiheiten erhielten, waren ob dieser Rückkehr zu Preußen begeistert. Friedrich II. und Preußen wussten also schon 1744, wie eine Minderheit langfristig für die Idee eines deutschen Staates zu begeistern war. Wagen wir jetzt also einen Blick auf das Gebiet Niedersachsens zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs 1871. Der Flickenteppich war zwar nicht mehr ganz so ausgeprägt wie einige Jahrhunderte zuvor, aber auf den Gebieten Niedersachsens befanden sich immerhin noch mindestens vier Teilstaaten. Der grösste Teil davon war die preußische Provinz Hannover, die vorher ein eigenes Königreich war, das Grossherzogtum Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Braunschweig. Ganz kleine Teile gehörten noch zu Valdeck-Pyrmont und im Norden zu Hamburg. Das änderte sich auch nach dem Ersten Weltkrieg innerhalb der Weimarer Republik nicht. Das Gebiet Niedersachsens gehörte nach wie vor zu eben genannten Staaten und Provinzen. Erst 1946 sollte das Bundesland Niedersachsen das Länderlicht der Welt erblicken. Als Teil der britischen Besatzungszone wurde es 1946 durch die Verordnung Nr. 55 gegründet und war 1949 Teil der Bundesrepublik Deutschland. Mit Niedersachsen haben wir ein Bundesland mit Inseln. Und diese ostfriesischen Inseln sind wirklich wunderschön. Die hier zu sehenden sieben Stück sind die einzigen, die bewohnt sind. Insgesamt leben hier knapp 16.500 Menschen. Die Insel Juist ist an der breitesten Stelle ca. 900 Meter breit. An der dünnsten nur etwa 500 Meter. Ich fand einfach, dass ihr das wissen solltet. Hier haben wir im Übrigen einen Fehler. Denn die östlichste Insel, Wangerooge, gehört streng genommen nicht zu den ostfriesischen Inseln, sondern zu den ostfriesischen Inseln. Also mit Bindestrich. Klingt nachgehüpft wie gesprungen, aber ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Das historische Ostfriesland umfasste nicht alle Inseln. Wangerooge gehörte zu Oldenburg. Daher die sprachliche Unterscheidung. Ostfriesland ohne Bindestrich mit Betonung auf der zweiten Silbe umschreibt das historische, politische Gebilde. Ostfriesland mit Bindestrich und Betonung der ersten Silbe umschreibt in etwa das friesische Siedlungsgebiet. Sowas lernt man, wenn man, wie ich, diese Karte hier sieht und sich dann verwundert fragt, weshalb Wangerooge nicht dazugehört. Macht lernen nicht Spaß, Leute! Wenn du mit diesem unnützen Wissen bei der nächsten Party nicht der absolute Smalltalk-König bist, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Und wenn wir schon in Ostfriesland sind, besuchen wir gleich eine winzige Sprachinsel. Im Beitrag zu Bremen haben wir gelernt, dass Niederdeutsch, also Plattdeutsch, eine besonders geschützte Sprache ist, die auch in Niedersachsen in verschiedenen Varianten gesprochen wird. Ebenfalls in Niedersachsen wird Saterfriesisch gesprochen, die letzte Varietät des Ostfriesischen. Wir Schweizer glauben, mit den etwa 30.000 bis 40.000 Räter-Romanen eine kleine sprachliche Minderheit zu haben. Saterfriesisch wird im Saterland von noch etwa 2.000 bis 2.500 Menschen gesprochen. Eine winzig kleine Sprachinsel mitten in Niedersachsen, mitten in Deutschland. Und wie dieses Saterfriesisch klingt, das hören wir hier. Wenn du in Ostfriesland in Deutschland freigert wirst, antre Räuel, Leich Sachsen. Vor dem Mann, werden du Mora und Lopere von New See. Mann, von der Wiedluftige von Loungegruppe von Nau-Dütschland, ist der nicht mehr viel bliehen, um nicht in Zilterland. Du Fohne, als wie du Dählich kanne, sind vor deinem Graz der Dähl wie Weltmokele, erdre hoch von Flacken, urbläuze von ursprünglichem Riemfohne. Mann, vorweg geplanten, und diese Orde sind diese Flacken, lehungswichtig, just um ihre baldohrige Nährstoffehrmaut. Diese Flacken, wie wir jetzt hier schon, wie wir Wurter schon in der. Du Flacken sind alle aufbaut, und du hast nur alle in der Renaturierung oder Wiedervernässung. Also jetzt stellt ihr euch vor, wie wir anfangen, die Wurkchen. Und du planten, wie wir vorhin von Wurkchen. Das wüsste ich auch jetzt. Und weil dieses Niedersachsen und diese friesischen Länder derart einzigartig sind, habe ich gleich noch eine Seltenheit für euch. Wir lernten in den Beiträgen zur Schweiz, dass die Staatsgrenzen im Bodensee nicht eindeutig geklärt sind. Wir haben nie völkerrechtlich verankert, wo Deutschland, Österreich oder die Schweiz anfangen und aufhören. Ähnliches gilt für den Grenzverlauf zwischen Deutschland und den Niederlanden. Beide Staaten haben zwar ungefähre Vorstellungen, wo die Grenzen im Meer liegen sollen, völkerrechtlich ist das aber bis heute nicht eindeutig geklärt. Mit dem Namen Niedersachsen ist sehr viel verbunden. Erst einmal der historische Grund für den Namen. Das Herzogtum Niedersachsen wurde, wie wir etwas früher erfuhren, 1180 aufgelöst. Der Titel Herzog von Sachsen begann zu wandern. Vor allem in jene Gebiete, die heute Sachsen im Namen tragen. Also Sachsen-Anhalt und Sachsen. Erst an die Askanier, später an die Vettiner mit ihren Besitzungen weit östlich des historischen Sachsens. Der Name Sachsen ist also durch die Adelsgeschlechter nach Osten gewandert. Nicht aber das Volk der Sachsen. Und da kommen wir zum Namen Niedersachsen. Weil es also mit der Zeit mehrere Gebiete mit Namen Sachsen gab, wurde zur Unterscheidung der Begriff Niedersachsen etabliert. Einfach weil die ursprünglichen Siedlungsgebiete der Sachsen und der Kern des Herzogtums Sachsen überwiegend flaches Land war. Der Begriff tauchte schon vor 700 Jahren auf. Warum um alles in der Welt bezog man sich aber bei der Gründung des neuen Landes 1946 darauf, auf eine Sammelbezeichnung, die das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Sachsen umschreibt. Andere Identitäten waren zu jener Zeit bereits fest etabliert. Die niedersächsischen Impulse gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Die Gründung des historischen Vereins für Niedersachsen 1834 setzte sich zum Ziel, die Geschichte der alten welfischen Länder Hannover und Braunschweig zu erforschen. Dieses historische Bewusstsein wurde um 1900 von Heimatbewegungen aufgegriffen, die ein neues Selbstverständnis in ihren Regionen etablieren wollten. Unabhängig von den Grenzen, die Preußen, Oldenburg, Braunschweig usw. voneinander trennten. Aus diesen kulturellen und wissenschaftlichen Wurzeln wurden nach dem Ersten Weltkrieg handfeste politische Forderungen. Ein niedersächsischer Bundesstaat sollte gegründet werden. Auf die Forschung einerseits und den politischen Willen andererseits konnte man sich 1946 beziehen, als das Land Niedersachsen gegründet wurde. Damit ist der Name des Landes geklärt, nicht aber der Begriff Sachse. Sachse geht wohl auf das Sachs zurück, die einschneidige Waffe, die unter anderem bei den germanischen Stämmen sehr beliebt war. Wir finden in sehr alter Literatur auch Hinweise darauf, dass sie nach genau diesen Messern benannt wurden, wie z.B. im Anno-Lied aus dem späten 11. Jahrhundert. Auch hier der Obligate hinweist, dass das nicht zu 100% und eindeutig geklärt ist. Auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens, etwas nördlich von Osnabrück, soll eine der legendärsten Schlachten überhaupt stattgefunden haben. Die Varusschlacht oder die Schlacht im Teutoburger Wald. Gleich vorweg, der genaue Standort ist umstritten. Auch Truppenzahlen, Verluste usw. sind nur sehr schwer zu beziffern. Als relativ authentisch und nüchtern werden die Schilderungen des römischen Geschichtsschreibers Lucius Cassius Dio bewertet. Er bezog sich wohl auf originale Berichte und Schilderungen. In seinen fragmentarisch überlieferten Büchern heisst es über die Varusschlacht folgendes. Denn das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten. Und die Bäume standen so dicht und waren so übergross, dass die Römer auch schon eh die Feinde über sie herfielen, sich, wo nötig, abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und Dämme zu bauen. Und wenn dazu noch Regen und Sturm kam, zerstreuten sie sich noch weiter. Der Boden aber, schlüpfrig geworden um die Wurzeln und Baumstümpfe, machte sie ganz unsicher beim Gehen und die Kronen der Bäume, abgebrochen und herabgestürzt, brachten sie in Verwirrung. Die Germanen umstellten sie plötzlich von überall her gleichzeitig durch das Dickicht hindurch, da sie ja die Pfade kannten, und zwar schossen sie zuerst von fern, dann aber, als sich keiner wehrte, doch viele verwundet waren, gingen sie auf sie los. Es war unmöglich, erstens in irgendeiner Ordnung zu marschieren und zweitens konnten sie sich auch nur schwer zusammenscharen, und waren Schar für Schar immer weniger als die Angreifer. Daher schlossen sie die Römer mühelos ein und machten sie nieder. Varus und die Angesehensten entschlossen sich zu einer notwendigen Tat. Sie töteten sich selbst. Verschiedene germanische Stämme, angeführt von Arminius, besser bekannt als Cheruskerfürst Hermann, haben die Römer an diesem Tag vernichtend geschlagen. Man geht von bis zu 20.000 getöteten Römern aus. Diese vernichtende Niederlage stoppte die römische Expansion in die rechtsrheinischen Gebiete Germaniens. Für den grossen Helden Germaniens, Hermann, wurde im 19. Jahrhundert ein riesiges Denkmal errichtet. Die über 50 Meter hohe Gesamtkonstruktion steht mit erhobenem Schwert über dem Teutoburger Wald. Dem Wald, in dem das Römische Reich eine ihrer verheerendsten Niederlagen erlitt. Das Wappen des heutigen Niedersachsens zeigt ein stolzes Ross auf rotem Grund. In der Landesfahne prangt dieses Wappen vor den bundesdeutschen Farben Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold erklärt sich, glaube ich, von selbst. Das Sachsenross blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits vor 600 Jahren glaubte die niedersächsische Bevölkerung, das Sachsenross wäre das Wappen des alten Stammesherzogtums Sachsen gewesen, obwohl dieses noch kein Wappen führte. Die welfischen Herzöge, ihr erinnert euch, die Nachfahren von unter anderem Heinrich dem Löwen, führten ab 1361 dieses Sachsenross, um ihren Anspruch auf das ehemals welfisch geführte, riesige Herzogtum gelten zu machen. Das Wappentier galt auch als das Wappen für den berühmten Herzog Widukind, den wir ebenfalls schon kennen. Andere Gebiete, die später einmal zu Niedersachsen zusammengefasst werden sollten, begannen ebenfalls dieses Sachsenross als Wappentier zu verwenden. So war es recht naheliegend, dieses bereits etablierte Wappen für das neu gegründete Niedersachsen zu übernehmen, was 1951 nach ausführlicher Diskussion auch geschah. Im gesamten Land Niedersachsen leben heute etwas mehr als 8 Millionen Menschen. In der Landeshauptstadt Hannover etwas mehr als 530.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt Hannover wurde 1150 das erste Mal urkundlich erwähnt und etwa 200 Jahre zuvor entwickelten sich die ersten Siedlungen am Hohen Ufer der Leine. Hier sollen auch die Wurzeln des Namens der Stadt liegen. Hannover bedeutete ursprünglich am Hohen Ufer. So zumindest die gängigste Erklärung für die niedersächsische Landeshauptstadt. Die ehemalige welfische Residenzstadt verfügt über viele verschiedene wunderschöne Gartenanlagen und Grünflächen. Ist zumindest mir wirklich positiv aufgefallen. Nur einen Steinwurf westlich von Hannover ist 1816 ein Mann geboren, dessen Namen ihr alle kennt. Werner von Siemens. Er gilt als Begründer der modernen elektrischen Energietechnik. Und damit revolutionierte dieser Niedersachse, damals Hannoveraner, einfach einmal kurz die ganze Welt. Dank ihm fuhr in Berlin 1879 die erste elektrische Lokomotive und die Strassen wurden erstmals von elektrischen Strassenlaternen erleuchtet. Politisch haben die Menschen in Niedersachsen in wenigen Monaten die Möglichkeit, die Mehrheitsverhältnisse in ihrem Land zu verändern. Da wird dem nordwestlichen Land der Bundesrepublik Deutschland also noch ein heisser Wahlkampf bevorstehen. Damit haben wir mit Niedersachsen das ursprüngliche, in Anführungszeichen originale Siedlungsgebiet der Sachsen abgeschlossen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es in jene Bundesländer geht, die den Namen Sachsen über wandernde Adelstitel erhielten. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.